Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts. Episode Nummer 47 und heute sprechen wir über ein meiner Meinung nach sehr wichtiges Thema zu Beginn. Im Anschluss werden wir uns vielleicht auch nochmal in eine ganz andere Richtung bewegen. Schauen wir mal, wie viel Zeit welches Thema frisst und dann sehen wir mal, wo die Reise hingeht. Zuallererst natürlich, ich hoffe ihr hattet eine wunderschöne Woche und ihr konntet etwas Tolles draus machen. Gerade das Wochenende jetzt bot sich ja zumindest in den Breitengraden Tirols nicht so richtig für ein großes Abenteuer an. Wenn man sich die vergangenen Tage anschaut, dann weiß man natürlich jetzt auch mittlerweile, weiß wahrscheinlich auch mittlerweile der Letzte, dass der Winter jetzt so richtig begonnen hat. Und was wir jetzt mittlerweile auch feststellen können, die ganzen Experten oder selbst anderen Experten, die uns erklären wollten, dass dieses Jahr definitiv ein schneearmer Winter kommen wird. Ja, die haben sich definitiv geirrt. Naja, kann ja auch mal passieren. Jedenfalls ist es schon so, dass wir jetzt ordentlich Schnee haben und vor allen Dingen in sehr gemäßigten Mengen immer wieder neuen Schnee dazu bekommen. Jeden Tag ein bisschen was. Und das wäre eigentlich eine Top-Voraussetzung für eine gute Schneedecke, für viel Spaß in den Bergen mit Schneeschuhen oder einfach auch zu Fuß. Aber vor allen Dingen natürlich mit den Tourenschienen. Aber tatsächlich ist es doch ganz anders. Die ganzen neuen Schneemassen, ja die sammeln sich und die sammeln sich auf Altschneefeldern und das ist durchaus nicht ungefährlich. Diese Gefahr, die hier oftmals vergessen wird, die führte auch gestern nochmal zu einer Tragödie. Immer wieder kommt es jedes Jahr dazu, dass Menschen durch Lawinenabgänge sterben und das ist nichts Ungewöhnliches bei uns. Aber es ist trotzdem irgendwie immer etwas schade und immer etwas, wo man fraglich zurückbleibt und man schon das Gefühl hat, irgendwie nicht die ganze Wahrheit zu kennen. Das ist etwas, was mir gerade in der gestrigen Berichterstattung sehr stark aufgefallen ist. Denn gerade gestern ging es mal wieder um das Thema, dass gut ausgerüstete Bergsteiger in einer großen Tourengruppe unterwegs waren. Und drei Menschen sind daran dann aber gestorben, weil eben eine Lawine sie verschüttet hat. Es war eine sehr große Lawine, aber hier fehlt es dann eben wieder an Informationen. Gar nicht um den Voyeur zu spielen oder um irgendetwas zu beurteilen oder zu bekritteln. Nein, gar nicht. Es geht mir persönlich zum Beispiel viel mehr darum, die Dinge besser nachvollziehen zu können oder sie besser einordnen zu können. Um vielleicht auch selbst die ein oder andere Lektion daraus mitzunehmen. All das fällt mir auf, funktioniert nicht so gut, wenn die Berichterstattung falsch liegt bzw. die Berichterstattung unvollständig ist. Ja, natürlich auch Einsatzleiter, die können sich auch mal im Ton vergreifen, wenn sie mit Medienvertretern sprechen. Und gerade Redakteure sind oft auf den falschen Pfaden unterwegs, wenn sie nach Informationen suchen, wenn es um alpine Sicherheit oder alpine Unfälle und Gefahren geht. All das führt mich persönlich aber auch auf den Weg zu sagen, ich möchte eigentlich lieber gar keine Berichterstattung als eine Unvollständige. Man kann natürlich erwähnen, dass Menschen in einer Lawine umgekommen sind, genauso wie man das tut, wenn Menschen bei einem Autounfall ums Leben kommen. Aber man hinterlässt dann nicht diese oder man sollte diese Spuren der Unwissenheit nicht so offensichtlich hinterlassen, sondern sich einfach in einem respektvollen Schweigen zurückhalten, wenn es um die tatsächlichen Hergänge einer Situation, den Tathergang bei Verbrechen usw. geht. Wenn man tatsächlich nicht wirklich belegbare Fakten hat. Gerade bei winterlichen Lawinenunglücken ist das sehr häufig der Fall, dass man wirklich selten sagen kann, was genau passiert ist. Es gibt zum Beispiel auch dieses spannende Phänomen des Knallzeugens. Der Knallzeuge beschreibt eine Person, die glaubt, alles gesehen zu haben, weil sie alles gehört hat. Jemand, der beispielsweise bei der Skitour vorausfährt und dann vielleicht ein Stück weiter unten oder in einer Waldstelle wartet und dann fahren quasi hinten einfach so ein paar andere Leute runter und dann geht plötzlich eine Lawine ab. Und dann hören sie vielleicht die Lawine, sie hören vielleicht jemanden schreien usw. Dann schafft es unser Kopf, und das ist etwas ganz Spannendes, man kann über dieses Phänomen viel nachlesen, eine Situation, eine Szene dazu zu konstruieren, die passend zu den Geräuschen, die wir wahrgenommen haben, sich einfach ergibt und wir sie als Fakt betrachten. Das ist übrigens nichts, was von Dummheit oder Intelligenz oder Einbildungsfähigkeit abhängt. Nein, gar nicht. Das ist tatsächlich etwas, was allen Menschen so passieren kann. Und das ist auch überhaupt nichts Bösartiges, denn gerade wenn man gefragt wird, was ist denn passiert, und das ist üblicherweise die erste Frage, die man von einer Rettungskraft oder von einem Sanitäter in anderen Fällen oder von einem Bergretter gefragt wird, was ist passiert oder wie stellt sich die Situation dar, dann kommt es einfach ganz automatisch dazu, dass man irgendwie eine Antwort darauf geben möchte. Man möchte ja auch irgendwo hilfreich sein, und dann kommt es ganz oft zu dem Effekt des Knallzeugens. Also auch hier wieder das Problem, natürlich sind diese Informationen dann nicht 100% valide, aber gerade Medienvertreter können das dann oftmals auch nicht gut einordnen und übernehmen, nehmen und übernehmen dann die Fakten, die vermeintlichen Fakten, die vielleicht auch dem Einsatzleiter der Bergrettung beispielsweise weitergegeben werden. Worauf ich damit hinaus möchte, ist vor allen Dingen, seien wir ein bisschen vorsichtig, wenn es um die Beruerteilung von alpinen Unfällen in den Medien geht. Gerade im Sommer ist das ja irgendwie ein beliebter Social-Media-Sport geworden, dass man eine Hetzjagd auf all jene macht, die im Alpinengelände verunfallen. Das ist auf der einen Seite schon vollkommen überflüssig, weil diese Menschen eh ohnehin durch ihre Situation genug leiden, wenn sie es dann überlebt haben und auch wenn sie gestorben sind, während sie damit wohl keine große Freude gehabt haben. Insofern ist das vollkommen überflüssig, es bedarf keiner Hetze generell schon mal nicht und gerade da dann noch weniger eigentlich. Aber gut, stellen wir uns doch die Frage, warum sollten wir denn eigentlich dann überhaupt diese Medienberichte lesen? Ja, das ist schon eine spannende Frage. Ich persönlich kann sie für mich nur deshalb beantworten, weil ich glaube, dass es sinnvoll ist, sich immer wieder mal mit den Gefahren auseinanderzusetzen und das aber auch aus einer gewissen sicheren Distanz. Um es jetzt ganz plakativ und gemein zu formulieren, könnte man sagen, wenn andere Leute nicht unter Lawinen umkommen würden oder keine Lawinenunfälle erleben würden, dann wäre ich persönlich wahrscheinlich auch nicht so vorsichtig, wie ich es bin. Das klingt vielleicht etwas, ja, etwas abscheulich, aber eigentlich trifft es doch den Kern ganz gut. Wenn jemandem nie etwas passiert oder wenn einer Gruppe von Menschen bei einer Sportart nie etwas passiert, wovor sollte man denn dann Angst haben? Wovor sollte man denn dann Respekt haben? Wenn einem jemand ständig nur erzählt, dass es passieren könnte, aber es noch nie wirklich passiert ist, ja, dann schwindet der Respekt doch relativ schnell. Gut, das ist in diesem Fall doch eher wieder bestätigt, dass Lawinen tatsächlich gefährlich sein können. Aber gerade die aktuelle Situation, die bietet es doch an, mal kurz darüber zu sprechen, wie oder warum man sich in den Bergen eigentlich so verhalten sollte, wie man es unter Anführungszeichen lernt. Lernen ist etwas, was in den Bergen ja oftmals auch mit Erfahrung einhergeht. Wir lernen durch Erfahrung sehr viel dazu und das ist gerade im Wintersport bei Lawinenabgängen immer ein ganz großes Problem, denn selten sehen wir die Lawine und vor allen Dingen noch viel seltener sehen wir, wie und warum sie ausgelöst wurde. Das alles ist, wie wir eben gerade schon erfahren haben, auch immer mit einem gewissen großen Fragezeichen verbunden, deshalb können wir eigentlich immer nur zu bedingten Teilen etwas dazu lernen. Ganz oft liest man dann doch aber auch von der sogenannten Lehrmeinung, die beschreibt oder zumindest die versucht zu beschreiben, wie manche Situationen gefährlicher und ungefährlicher sind, wenn man im Schnee unterwegs ist. Da gibt es zum Beispiel Triebschnee-Verfrachtungen, die gefährlicher sein können. Es gibt Altschnee-Probleme, so wie wir es aktuell haben, dass wir sehr viel Neuschnee auf dem Altschnee haben und da keine vernünftige Verbindung dazu existiert, weil der Altschnee eben schon sehr alt ist. Und dann gibt es zum Beispiel Neuschnee-Probleme, Gleitschnee-Probleme etc. All das wird sehr gut beschrieben und das ist auch wichtig und dadurch kann man sehr viel dazu lernen. All das ist aber trotzdem eine sehr trockene Theorie. In der Praxis ist die Beurteilung in solcher Situationen dann doch nochmal um ein Vielfaches schwieriger und vor allen Dingen, man hat keine Try-and-Error-Funktion. Man kann es nicht einfach mal probieren und schauen, was passiert. Lawinenunfälle sind seit der Erfindung des LVS-Geräts und vor allen Dingen der Sensibilisierung der Menschen doch weniger geworden. Und es ist deutlich seltener der Fall, dass sehr viele Menschen bei einem Lawinenunglück immer sterben. Trotzdem kommt es, wie man sieht, immer wieder auch vor. Die Gründe dafür sind vielseitig, aber vor allen Dingen ist die große Problematik, wir können nicht wirklich in der Praxis dazulernen, denn einfach mal schnell eine Lawinen auslösen und dann schauen, was passiert. Und vor allen Dingen, wann es passiert und wie es passiert und wie groß das Ganze wird. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, wenn nicht schon fahrlässig. Insofern ist dieses Thema natürlich deutlich heikler und das sieht man den Menschen ja auch an, denn es herrscht eine große Vorsicht, um dieses ganze Thema im Winter unterwegs zu sein. Wanderer, gerade Menschen, die vielleicht wirklich selten mit Schnee im Kontakt sind, gerade Leute, die selten mit Schnee im Gebirge im Kontakt sind, also Leute, die weit weg von den Alpen wohnen, ja, die sind sowieso dann immer sehr schreckhaft und zaghaft, was das Thema betrifft, weil eben einfach auf der einen Seite natürlich die Unwissenheit besteht und auf der anderen Seite aber gleichzeitig auch genau das Wissen, dass es sich bei jedem kleinen Fehler auch schnell mal um den Letzten handeln kann. Ja, all das ist schwierig und all das ist etwas, weshalb ich es zu schätzen weiß, dass zum Beispiel Vereine wie der Alpenverein auch jedes Jahr einmal einen Vortrag anbieten, wo sie sich mit den neuesten Lawinenereignissen auseinandersetzen, die Fotodokumentation des Lawinenwahndienstes nutzen und diese Lawinen dann sozusagen nachträglich analysieren. Die Frage ist, ob man dann für die Praxis daraus sehr viel mitnehmen kann oder nicht, denn gerade wenn Lawinen schon abgegangen sind, dann lässt es sich sehr oft nicht so gut rekonstruieren, wie dieses Gelände tatsächlich vor dem Abgang der Lawine ausgesehen hat. Natürlich lässt sich das herleiten über die Schneemassen, über die Ränder links und rechts und so weiter, aber ein Bild von einer Situation, wie sie war, bevor es quasi zu einer Eskalation, zu einer Stresssituation kam, das hilft vielen Menschen schon dabei, das dann sozusagen mit der Realität auch abgleichen zu können. Das ist aber eben bei Lawinen sehr selten gegeben und es macht dieses Thema dann als Ganzes einfach sehr komplex. Worauf ich eigentlich hinaus möchte ist, gerade wenn Menschen im Wintersport irgendwo sich verletzen, umkommen oder Lawinen auslösen, dann sollten wir etwas vorsichtiger auch mit der medialen Kritik sein. Wir sollten auf der einen Seite als Medien, oder was heißt wir, aber die Medien, sollten sich deutlich mehr zurückhalten, wenn es um die Analyse oder die vermeintliche Analyse solcher Situationen geht, aber gerade in sozialen Medien sollte man sich auch nochmal deutlich zurückhalten mit der Hetze und vor allen Dingen mit der Beurteilung solcher Situationen, wenn man sie gar nicht wirklich überblicken kann, denn gerade das geht im Wintersport noch viel schlechter, als es im Sommersport schon eh geht. Die Situation ist aktuell also etwas angespannt und brisant, aber ich bin mir sicher, dass sich das über die nächsten Wochen dann wahrscheinlich auch wieder verbessern wird, wenn hier wirklich mal alles wieder schon gut durchgefroren ist, wenn es auch mal wieder ein paar schönere Tage gab und so weiter und wir nicht jeden Tag so viel Neuschnee dazu bekommen. Ich bin persönlich schon ganz heiß drauf, mal einen Tag keinen Neuschnee zu haben oder keinen Schneien zu haben, weil dann könnte ich auch mal auf Skitour gehen, ohne dass ich mir den Arsch abfriere. Aber gut, man kann ja eben nicht alles haben. Generell muss ich sagen, wir waren ja dieses Jahr auch sehr verwöhnt, wir hatten einen langen, schönen Herbst, wir hatten sehr viel Zeit, noch sehr viele Dinge komplett schneefrei zu machen und jetzt, naja gut, jetzt müssen wir eben durch diese Schlechtwetterperiode einfach mal durchbeißen und dann können wir vielleicht auch im Winter jetzt noch, dann im Jänner, wunderschöne Touren erwarten, mal sehen, wie es wird. Aber ich sehe schon, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um über ein vollkommen anderes Thema zu sprechen, über eine vollkommen andere Thematik, die gerade diese Woche eigentlich so, so wichtig war. Ihr wisst sicher oder viele von euch haben es wahrscheinlich auf YouTube schon gesehen, das Projekt Jacke, die Alpenacademie Jacke, die ging zu Ende. Das Ende, wenn man sich das ganze Video angesehen hat, das kam relativ überraschend und abrupt, gerade durch diesen TÜV-Test, ich werde das jetzt hier, keine Sorge, nicht alles nochmal aufrollen, aber ich habe mir so ein paar Gedanken dazu gemacht, was ihr in den Kommentaren so geschrieben habt, ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht, wie es jetzt weitergeht und vor allen Dingen, was ich mir sonst so zu diesem Projekt als Ganzes dachte. Zuallererst muss ich sagen, es war schon sehr beeindruckend, dass so viele Menschen so reagiert haben, wie sie nun mal reagiert haben auf diese Erklärung, auf dieses Statement, und dass es ihm jetzt nicht zu einer Massenproduktion der Jacke kommen kann. Ich möchte euch da an dieser Stelle mein herzliches Dankeschön dafür ausdrücken, dass ihr hier Verständnis habt und dass ihr hier auch wirklich, ja, progressiv wart. Ihr wart auch einfach eine Hilfe in den Kommentaren und ihr seid es auch immer noch. Man liest sehr viel Fragen, man merkt einfach, ihr seid an dem Thema immer noch dran und interessiert und das finde ich cool, denn wir sind es ja schließlich auch. Wir waren natürlich in gewisser Weise enttäuscht, ja. Wir waren enttäuscht und vor allen Dingen, ich persönlich war auch sehr verunsichert über dieses Video, denn mir war nicht so ganz klar, wenn das jetzt online geht, wie werden hier die Reaktionen sein. Klar, jeder hat so ein paar Euro immer dazugegeben und war dementsprechend ein Teil dieses Projekts und dementsprechend war man auch gespannt auf ein Ergebnis. Und mir persönlich ist es schon wichtig, auch wenn jemand nur zwei Euro oder fünf Euro dazu beigetragen hat, dass diese Person natürlich alles weiß, was man zu diesem Thema wissen kann oder was wir eben wissen. Auf der anderen Seite hat es mir aber trotzdem nicht gereicht. Auf der anderen Seite wollte ich einfach, dass die Menschen oder dass ihr wisst oder dass ihr irgendein Produkt kriegt oder irgendwas kriegt, wovon ihr auch etwas habt oder irgendeinen Mehrwert kriegt. Ich glaube aber gleichzeitig, dass das, was wir eben gelernt haben und das habe ich im Video schon angesprochen, dass das sehr viel wert sein wird in Zukunft und im Zuge dessen habe ich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich Marken für einen wahnsinnigen Einfluss auf uns haben, nur dadurch, dass sie eben so heißen, wie sie heißen, dass sie einen gewissen Ruf haben, dass sie eine gewisse Anerkennung bei vielen Menschen genießen, dass sie technische Daten auf Produkte schreiben, die einfach so geglaubt werden und die einfach so gekauft werden, ohne dass das Ganze hinterfragt wird. Ja, viele Marken und viele Firmen, die machen Tests mit ihren Produkten, bevor sie sie veröffentlichen, aber definitiv nicht alle. Und gerade wenn man über diese einzelnen schwarzen Schafe spricht, ja, dann muss man sich schon fragen, wie viele sind es, wer ist es und warum ist das eigentlich einfach so erlaubt. Tatsächlich habe ich mit Frederik eine längere Debatte darüber geführt, wie es das eigentlich sein kann. Wie kann es sein, dass wir eine Jacke bestellen, die gewisse Herstellerangaben hat und die schickt man dann zum TÜV und dann stimmt das nicht so überein. In unserem Fall kann man jetzt natürlich sagen, ja, ihr wurdet verarscht, ihr wurdet von der Industrie verarscht, ihr wurdet von einem Chinesen verarscht, wie auch immer man das formulieren möchte. Aber auf der anderen Seite gibt es ja eben in Europa noch einige andere Hersteller oder mindestens einen oder zwei Hersteller, die dieses System auch so praktizieren, die mit dem gleichen Hersteller arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass auch andere Hersteller mit der gleichen Praxis arbeiten und diese Produkte dann einfach unter falschen Bezeichnungen nach Europa verkaufen. All das hat mich jetzt irgendwie dazu gebracht, darüber nachzudenken, wie blind wir Konsumenten, und da möchte ich jetzt nicht mit dem Finger auf euch oder auf einen Einzelnen zeigen, sondern auf uns als Konsumenten, als Ganzes, wie blind wir eigentlich ins Geschäft gehen und kaufen, was da steht. Und auf der anderen Seite dachte ich mir aber auch, naja, wir sind doch irgendwie gefangen in unserer Haut. Also wir können ja nicht jede Jacke, die wir gerne hätten, erst mal kaufen und dann zum TÜV schicken. Denn die Jacke wird bei diesen Tests ja ohnehin zerstört. Das heißt, wir hätten dann gar keine Jacke. Wir müssten uns immer zwei Jacken kaufen. Und wenn man sich so eine 700 oder 600 Euro teure Hatschalljacke kauft, dann müsste man sich zwei kaufen. Einmal für den TÜV und einmal für einen selbst, falls sie dann passt. All das ist natürlich überhaupt nicht praktikabel. Und da dachte ich mir, warum es da eigentlich keine Regulierung gibt, warum es da keine Kontrolle gibt. Dürfen Marken wirklich alles auf ihre Produkte schreiben, was sie wollen? Und in Sachen dürfen, naja, tatsächlich dürfen sie das nicht einfach so. Also ich darf auf mein Auto, das ich produziere, nicht schreiben, dass es 500 PS hat, wenn es in Wirklichkeit nur 100 PS hat. Das ist nicht erlaubt. Das ist quasi Konsumentenirreführung. Das ist Täuschung des Konsumenten. Das alles ist strafbar und das alles ist illegal. Und insofern darf man das nicht. Aber was man tatsächlich darf, unter Anführungszeichen, ist, man kann einfach mal etwas testen und dann hat man eine Angabe und dann verkauft man es und dann sagt man einfach, naja, sagen wir einfach, dass wir das nicht so getestet haben, sondern dass wir davon ausgehen und dann so einfach auf einen Lieferanten verlassen und dann schreiben wir eben diese 20.000 Millimeter Wassersäule in die Beschreibung beispielsweise. Das oder genau diesen konkreten Fall, den haben wir beim Lieferanten unserer Jacke tatsächlich jetzt schon eine Vermutung, wer das so machen könnte. Ich möchte dazu jetzt nichts sagen, weil sonst würde ich wahrscheinlich geklagt werden, aber ich weiß es zumindest noch nicht zu 100 Prozent, aber das wird sich bald klären. Jedenfalls macht das jemand wahrscheinlich so. Also bestellt eine Jacke, die weit unter den Tests, unter den Angaben performt quasi, also die einen Test diesbezüglich überhaupt nicht besteht. Das wissen wir jetzt. Das haben wir jetzt schwarz auf weiß und er verkauft aber die Jacke einfach als das, was der Hersteller, die Fabrik angibt, dass diese Jacke leisten kann. Im Prinzip tut er hiermit eigentlich was Illegales und Unwissenheit. Ja, Unwissenheit schützt ja vor Strafe nicht, aber viele Konsumenten bestellen sich nun diese Jacke. Nehmen wir diese eine Jacke jetzt einfach als Beispiel. Das kann man natürlich übertragen auf alle anderen Firmen auch und bestellt sich diese Jacke und kriegt sie und ist irgendwie nicht so ganz zufrieden mit der Leistung und findet sich halt irgendwie, naja, funktioniert nicht perfekt und fragt sich irgendwie, wofür man da jetzt das Geld bezahlt hat. Aber na gut, sie war ja günstig. Insofern, ja, Schwamm drüber, nimmt man in Kauf, passt schon. So, und so machen das vielleicht nicht nur der eine Typ, sondern so machen das vielleicht tausend Leute, vielleicht machen das auch zehntausend Leute so. Die bittere Konsequenz ist natürlich, dass der Konsument eigentlich ein Produkt kauft, das den technischen Erwartungen nicht entspricht, denn die technischen Erwartungen richten sich natürlich an die Herstellerangaben und enttäuscht wird, vielleicht der Jacke irgendwo noch ein schlechtes Review oder so verpasst, aber das war's, weil mehr kann er ja eben nicht tun. Er glaubt einfach nur, dass die Jacke vielleicht nicht so top ist, als das, was sie angepriesen wurde. Gut, aber der Hersteller hat damit quasi Reibach gemacht, beziehungsweise der Verkäufer, die Marke hat damit Reibach gemacht, obwohl sie eigentlich wissen könnte, dass es sich bei diesem Produkt um eine mindere Qualität handelt, um eine mindere Qualität, als sie es angeben. Jetzt könnte man aber auch sagen, dass diese Firma das vielleicht gar nicht weiß. Vielleicht haben sie diese Jacke ja nie getestet. Vielleicht haben sie diese Jacke ja nie zum TÜV geschickt und tatsächlich, dafür gibt es gar keine Pflicht. Es gibt überhaupt kein Gesetz, das sagt, dass man irgendetwas testen muss. Man braucht gewisse Zertifikate, aber wenn der Lieferant diese zum Beispiel beilegt, und das war ja bei uns auch der Fall, Ökotex-Zertifikate beispielsweise, die hatte unsere Jacke ja auch, also in Umlauf gebracht werden durfte sie dementsprechend auch. Naja, wenn das alles vorhanden ist, dann ist man ja nicht verpflichtet, hier nochmal Tests vorzunehmen. Und gerade dieses Verschleiern von Informationen durch schlichtes Nichthandeln, das ist ironischerweise nicht illegal und das ist ironischerweise auch nicht in irgendeiner Weise verwerflich. Also zumindest, also vielleicht aus meinem Standpunkt daraus ist es schon verwerflich, aber das ist wahrscheinlich eine sehr gängige Methode, um Produkte vielleicht gerade im Niedrigpreissektor an den Mann zu bringen und trotzdem mit sehr großen Zahlen zu bewerben. Denn man kann immer noch sagen, der Hersteller dieses Produkts, wir sind ja nur die Marke und der Verkäufer, der Hersteller, die Fabrik, die haben gesagt, das stimmt so und das sind die Fakten. Wir übernehmen diese Fakten einfach nur, denn warum sollten wir denn diesem Hersteller misstrauen? Und ja, tatsächlich ist da was dran. Warum sollte man eigentlich einer Fabrik grundsätzlich misstrauen? Natürlich gibt es diesen Spaß auch noch aus früheren Zeiten, wo man gesagt hat, China kopiert alles und aus China kommt nur der klassische China-Schrott. Aber das Ganze ist ja auch eigentlich nicht zeitgemäß und vor allen Dingen ist es ja überhaupt rechtlich überhaupt nicht haltbar. Also nur weil etwas aus China kommt, ist es ja nicht gleich schlecht, um Gottes Willen, weil eben ganz, ganz viele Produkte in der Outdoor-Industrie werden in China produziert. Also insofern, es ist sowieso sehr, sehr undurchsichtig, wer hier wie zu seiner Ware kommt. Ob jetzt Firma X, die bei uns sehr berühmt ist beispielsweise, die Dinge in China produzieren lässt und in Auftrag gibt oder ob die einfach nur von einem Lieferanten einkaufen. Man kann Vermutungen anstellen, aber man kann es nicht ansatzweise beurteilen oder wissen. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Das alles ist also furchtbar intransparent. Die Frage ist jetzt nun, kann man nicht Unternehmen irgendwie dazu zwingen, transparent zu sein? Und die Ironie daran ist, nein, kann man nicht. Firmen können und Autohersteller zumindest können im Prinzip machen, was sie wollen. Sie müssen überhaupt nicht angeben, woher ein Produkt kommt. Das Einzige, was tatsächlich gesetzlich bindend ist, ist, dass auf einem Label draufsteht, woher das Produkt kommt. Und das ist alles. Und deswegen steht in den Salewa-Jacken beispielsweise Made in Bangladesch und auf den Mammutseilen steht Made in Czech und da steht das und da steht das und da steht das. Aber diese Made in Labels, die kennen wir alle, die kennt man auch von Nicht-Outdoor-Produkten. Die sind ja noch nicht ansatzweise auskunftgebend über den Prozess dahinter. Natürlich ist es im Sinne einer Firma nicht unbedingt alle Abläufe transparent zu machen, weil sonst könnte natürlich sehr schnell jemand anderes bei dem Lieferanten auch einkaufen und sagen, wir bieten einen besseren Preis und dafür verkauft ihr Firma X nichts mehr. Und das wäre eine gemeine, aber durchaus, naja, industrietypische Methode zu handeln, sage ich jetzt mal so. Wenn ich etwas gelernt habe in der letzten Zeit, dann ist es, dass die Industrie und gerade die Textilindustrie, aber auch die Outdoor-Industrie absolut nicht fair, freundlich oder mit einer Etikette handelt. Das ist definitiv nicht der Fall. Aber man kann davon ausgehen, dass sowas dann Praxis werden würde und das will man natürlich nicht. Deswegen versuchen Firmen ihre Transparenz bestmöglich zu verschleiern. Aber gleichzeitig bringt mich das auch auf meinen größten Kritikpunkt bei solchen Vorgehensweisen. Denn wenn man sich beispielsweise Salewa anschaut und schaut, was die in Sachen Recycling machen, dann schreiben sie schlichtweg auf ihrer Website, ja, wir bemühen uns, dass wir unseren Recycling-Anteil immer weiter steigern. Ja, Entschuldigung, aber was ist das denn bitte für eine Nonsens-Aussage? Das ist ja keine Aussage, die ich irgendwie verwerten kann. Wenn ich vorher 0% recycelt habe und dann 1% recycle, dann bin ich jetzt quasi der Öko-Tiger oder was, weil dann kann ich das jetzt angeben, ich recycle 1% meiner Materialien oder das ist doch vollkommener Nonsens, so einen Stehsatz zu formulieren und sich dann als nachhaltiges Unternehmen beispielsweise zu präsentieren. Das ist ja kompletter, das ist doch kompletter Schwachsinn. Also wer das als Konsument einfach so als gegessen hinnehmt, der ist tatsächlich schon ziemlich festgefahren in der Ideologie, die Marken glauben, verkaufen zu können, dass Hauptsache man schreibt irgendwo Recycling und Umwelt hin und dann werden die Kunden das schon als grün fressen. Ich bin nicht der Meinung, dass jede Marke unbedingt grün sein muss, dass jede Marke unbedingt zu 100% auf Nachhaltigkeit achten muss. Ich bin der Meinung, dass jede Marke so eine eigene Firmenphilosophie haben darf und dieser auch nachgehen soll und sich in gewisser Weise in ihren Grundwerten auch treu bleiben sollte und dann entscheidet letztlich eh der Markt, ob das jetzt etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Aber heute ist es im Trend, dass alles grün und nachhaltig sein muss und dass alles ganz, ganz fair sein muss und das alles plakatiert man dann einfach und man sagt, ja wir sind super grün und wir sind super fair und wir sind super recycelbar und wir sind super nachhaltig und wir sind sowieso, wir produzieren so CO2 emissionsgering wie nur irgendwie möglich, aber das ist in Wirklichkeit alles nicht die Wahrheit. In Wirklichkeit sagt man einfach nur, wir tun das Bestmögliche und das nennt man heute Greenwashing. Denn solange man etwas nicht wirklich mit Zahlen belegt, ist es für mich persönlich und das weiß ich gerade seit meinen letzten Recherchen, auch bei sehr grünen Unternehmen übrigens, ja das weiß ich mittlerweile, dass das einfach egal wo eine Zahl, eine konkrete messbare und belegbare Zahl fehlt, da handelt es sich um bewusste Irreführung. Es sind vielleicht nicht unbedingt Falschmeldungen, wie gesagt, wenn man von 0% Recycling auf 1% Recycling umstellt, dann kann man tatsächlich legitim behaupten, man betreibt jetzt mehr Recycling als früher. Dass man halt immer noch ein schlechtes Unternehmen damit ist, ja gut, das kann man damit relativ gut verschleiern. Aber würde da jetzt stehen, wir recyceln statt 0%, übrigens ich bin von der Salewa-Geschichte schon lange weg, also ich möchte das jetzt hier nicht auf Salewa beziehen, sondern grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, man hat vorher 0% Recycled und jetzt recycelt man 1%, dann würde jeder Konsument, der das liest, sich denken, aha, die recyceln aber ganz schön wenig. Und nachdem das alle anderen Hersteller ja auch nicht tun, warum sollte man dann so blöd sein und das selbst angeben? Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass immer wenn wir einen Hersteller sehen, der eben nicht mit seinen Zahlen prallt, dass man definitiv davon ausgehen kann, dass die so schlecht sein müssen, dass die gegenüber der Konkurrenz, die keine Zahlen angibt, immer noch schlechter dasteht. Das heißt, in Wirklichkeit ist dieses ganze, unter Anführungszeichen, Kräftemessen der Nachhaltigkeit in der Industrie das reinste Bullshit-Bingo. Und apropos Bullshit-Bingo, wenn wir schon bei Bullshit-Bingo sind, dann sollten wir vielleicht auch nochmal über das Thema Recycling und vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Der Frederik und ich haben uns im Zuge unserer Recherchen auch zu einem zukünftigen Projekt eine ganz bestimmte Veranstaltung angesehen. Die hätte eigentlich live stattfinden sollen in München, aber sie fand dann aufgrund von Corona oder Inzidenzen, oder ich kenne jetzt den genauen Grund nicht, was der Auslöser für die Absage war, diese fand jedenfalls dann nur aus dem Homeoffice heraus statt. Und da haben wir uns dann damit beschäftigt, was eigentlich die Industrie in Zukunft mit Nachhaltigkeit verbinden will. Und ein führender, ich glaube es war der COO eines Unternehmens, eines mir damals noch nicht so bekannten Unternehmens, aber doch sehr, sehr großen Unternehmens, wie ich danach festgestellt habe, ja der hat folgende Aussage getätigt. Ich übersetze das mal jetzt so frei aus dem Gedächtnis heraus. Er meinte in einer Konferenz, ja, wir sind ja eigentlich gar nicht darauf aus, nachhaltig zu werden, sondern in Wirklichkeit sind wir darauf aus, Produkte zu verkaufen. Und das auf einer Messe, auf der es vorrangig um Nachhaltigkeit ging. Natürlich wissen wir alle, dass die Textilindustrie das größte schwarze Schaf aller Industrien ist. Ich glaube, nur Fragen kann das Ganze toppen, aber, oh ich glaube, das muss ich rausschneiden. Egal, nur die Autoindustrie kann das toppen, sagen wir es so. Jedenfalls ist es so, dass wir in der Textilindustrie natürlich viele problematische Konzerne und Unternehmen haben, aber offen, innerhalb dieser Bubble, solche Aussagen zu droppen und zu sagen, naja, also, ja, ja, wir kümmern uns jetzt alle ganz viel um Nachhaltigkeit, aber in Wirklichkeit, hey, komm, seien wir doch ehrlich, es geht um Cash, es geht um Umsatz. Pfeifen wir doch mal kurz auf unser Greenwashing, reden wir doch Tacheles, wir wollen Sales machen, wir wollen Leads generieren auf unseren Websites, that's it. So, und mit dieser Dreistigkeit und mit dieser Offenheit möchte ich auch die heutige Podcast-Episode beenden. Liebe Textilindustrie und liebe Outdoor-Firmen, liebe Branche und liebe Kolleginnen und Kollegen der Zukunft, ihr könnt mich mal. Bergheil.